Die gesamte Philosophie oder Weltvorstellungsgeschichte hat nie verstanden, dass diese beiden unversöhnlichen, inkompatiblen Seiten zum Gesamtsystem, zur Gesamtstruktur aufgehetzt, anaximandrisch durch das Rhizom, durch die dritte Seite gehören. Das ist immer diese Unkompatibilitäten von Parmenidäischer gegen Heraklitische Seite, die beiden Begehrensabwehr, Abhangstrukturen des Hysterionischen gegen das Zwanglianische auf drei verschiedenen Ebenen, immer den Geist gegen den Körper und et vice versa. Frau gegen Mann bedarf in ihrer unübermittelbaren Unverständlichkeit. Denn was geschehe, wenn sie sich verstünden, wenn sie verstehen und sich verständigen könnten, dann käme es zu dem aristophanischen Liebeswahn der Vervollständigung von zwei Halbkugeln. Aber das ist nicht ihr Programm und nicht ihr Ziel. Es geht immer darum, dass sie sich bekämpfen, aufeinanderknallen, sich wechselseitig entrechten, zerstören, aufheben sollen, um aus Restbruchstücken dann das Tertium, die Drittveränderungsproduktionsserie zu machen. Also bedarf es der beiden Seiten, Körper und Geist, des Parmenidäischen, Vertikalen und Tödlichen gegen die Fluchtbewegung des Heraklitischen, Ewigkeitsphantasmas und Bewegten und Aktionistischen. Und dies gehört in alle Vorstellungen, in alle Philosophien. Es gibt immer die zwei Hauptzweige der Philosophie, diejenigen, die im Gehen erdacht wurden und diejenigen, die im Hocken ausgebrütet wurden. Es gibt immer die Weltvorstellungen von Religionsstiftern, zum Beispiel zur Pragmatik des Lebendigen zurückzukehren. Und dann immer die Gegenumverschriftlichung durch die Kirchen erneut, die das Ganze, zum Beispiel Christus, der den Leib, die Aktualisierung, das Nichtgöttliche, sondern das Menschliche propagierte. Und dann Paulus, der dies wieder in das Prinzipium eines Geistigen, eines vom Körper, von der Sterblichkeit, von der Fleischlichkeit, von der Zeitlichkeit und Leiblichkeit abgekoppelten, umtransformiert hat dieser Verräter, wie es mit allen Religionsstrukturen passiert ist. von Buddha, sogar bis Mohammed und anderen. Über die Philosophiegeschichte in ihren wechselseitigen dialektischen Aufhebungen, Schritt um Schritt, aber bis auf wenige Versuche, Körkegaard zum Beispiel beide Seiten zu betrachten, das wäre jetzt ein vielleicht zu ausschweifendes Unterfangen. Aber jeder Mensch kann von Anfang an schon die Begehrensstrukturen oder die Präferenz der Begehrenseiten der Aktualaktionisten gegen die am Rock Zipfel hängenden parmenideischen festhalten wollens Macht und Zerstören und dunklen Mächte und das Tödliche Präferierenden erkennen, wenn er ein wenig Menschenkenntnis hat von Anfang an. Es ist nicht gar so einfach, weil diese beiden Abwehrseiten drei Ebenen haben, die der psychotischen Ebene und Borderline-Ebene, die der neurotischen und die der reflexiv-transitivistischen Ebene. Die komplexesten sind die dritte inversiv-massosadistische Machtstruktur, wie wir sie bereits am Beispiel von Liaison dangereux oder anderen illustren Werken beschrieben haben.